Du weißt gar nix man, ich sauf mich kaputt, ich bin da und ich bin truff, doch geh für die Scheiße drauf, wenn ich muss. Die Welt ist voller arrogante Affen, Sklaventreiber, Halsabschneider, Fatzke. Bevor ich noch mal für einen von denen schaffe, bleib ich 100% lieber mein Leben lang am Hustling, Dicker. Okay, Takt 32, Shoutout geht raus, Alter. Äh, ja wird bestimmt nice, Alter. Ich mein, gefühlt schreibt er ja halb Deutschland, äh, Raps, Songs, äh, wird lyrisch bestimmt anspruchsvoll und kein Kladderadatsch. Oh, wird es deep, nice. Erstmal Flupper rauchen, Kipp rare. Big Pack LM, die Roten. Boah, na, Dick jetzt, seine Stimme kommt ja richtig nice, die klingt schon fast so ein bisschen weinend. Stimme mit Napoleon Jacky irgendwo auf einem Hochhausdach. Stromausfall. Reimt der Stromausfall darauf? Ich weiß nicht warum, aber der Reim ist mir gerade eingefallen, Stromausfall ist ein schöner Reim. Ich steh mit Napoleon Jacky irgendwo auf einem Hochhausdach. Haben sie das gemeint mit, dass es mal nach oben schafft, das Zauberwort zum... Haben sie, oh, poetisch, haben sie das gemeint, als sie sagten, dass ich es mal nach oben schaff? Nice, die gab, okay, das wird ja richtig deep. Zauberwort zum Himmel lenkt von sauberer Betonung ab. Ist wohl kein Zufall, dass hier niemand unser Ton verpasst. Halbes Päckchen und... Digga, das ist ja richtig dope. Kippen in der Pufferjacket. Ich bin beeindruckt von seiner Stimme, weil das ist wirklich schwer. Also, dass die Lyrik gut ist, war mir ja klar, aber diese Stimme, so viele Emotionen die Stimme zu legen, das ist nicht leicht. Also, das ist wirklich... Interessante Reimsetzung. Also, sehr spät in Mama weckte, Reim gesetzt. Im schlechten Umgang immer allerbeste, denn ich schreib die guten Songs, bin ich schon fast am Ende. Ein paar Jungs hat hier der Knast verwendet. Boah, Digga, Digga, das ist ja richtig böse. Digga, auch wenn die dann... Ey, ich sag dir ehrlich, das Feeling hat mich sowieso schon gecatcht. Ich sag ja immer wieder, es gibt wenig, die einem so eine Epicness und so ein Feeling... Wenige Dinge, die so eine Epicness und so ein Feeling vermitteln und transportieren wie so ein richtig schöner Sub-Bass, Digga. So ein richtig schön langgezogener Sub-Bass. Alle kommen zum Guten, sie stehen einfach nur an anderen Ecken. Wenn sie erzählen, du bist du was mit Gold an Handgelenken. Schalt Menschlichkeit, wie der Versuch, dich davon abzulenken. Meinst du, ging zu weit? Digga, das ist richtig nice. Ich sag, Digga, das ist auf jeden Fall... Ich glaub, das ist bis heute mein Highlight. Kann ich mehr mit ihnen reden? Ja, fühl mich schuldig, weil ich nicht geschafft hab, dass sie das hier miterleben. Macht es laut, damit sie von da oben ein bisschen sehen. Dass ich für unsere Sache stehen bleib, bis das Licht ausgeht. Boah, deep, 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 Digga. 19. Ja, da kommt gar keine... Okay, das ist jetzt auch wie bei dem Bad Moms J-Ding halt wahrscheinlich... Oder höchst... Ist wahrscheinlich... Ja, sehr wahrscheinlich so, weiß ich natürlich nicht. Aber ich glaub jetzt nicht, dass das jemand eingesungen hat. Das wird auch halt ein Sample aus der Splice Library sein, was jetzt hier läuft. Aber kann man ja auch mal machen. Ich schau auch mal einen Song raus, wo auch einfach nur ein Sample läuft. Also für die Leute, die denken, wenn ich das erwähne, ich mein's irgendwie kritisch, die können mir dann negativen Kommentar gerne in die Kommentarspalte schreiben und mir die Doppelmoral wieder unterstellen. Boah, Digga, das ist up to date bei mir gerade. Diese Phase, Digga, dass mir jetzt Herzchen bleibt. Ich glaub, 1000 Tage, wo ich dachte, dass die letzte Nacht... Ah, gab 1000 Tage, wo ich dachte, dass die letzte Nacht... Deshalb weiten sich Pupillen, wenn ein Messer klappt. Gebete stoppen, schnell wird hier das Essen knapp. Wir sind nicht gemacht. Gebete stoppen, schnell wird hier das Essen knapp. Auch mega poetisch. Wir sind nicht gemacht zum Fliegen, das ist der Grund, warum ich Ketten trag. Schon mit 14 immer üble Nächte. Weil ich dachte, das war all der Scheiße, die ich hab. Zugpulmen, bald die Tür aufbrechen. Er macht es in dem Song, ich weiß nicht, ob ich kenne jetzt nicht so viel von ihm, aber er macht es hier auf jeden Fall, dass er die zweite Zeile... Oh, das macht er zum dritten Mal in dem Song, dass er von zwei Zeilen, die zweite Zeile, die Pointenzeile, sehr lang zieht und den Reim eigentlich schon in die dritte Zeile knallt. Das Tür aufbrechen ist die Eins von der dritten Zeile schon. 14 immer üble Nächte, weil ich dachte, das war all der Scheiße, die ich hab. Zu vorn, bald die Tür aufbrechen. Panikattacken, lass uns drüber sprechen. Lass uns drüber sprechen, Habipo. Lass uns drüber sprechen, so. Weil jetzt wünschte ich gerade, ich hätte jetzt nicht am Anfang von meinem Stream schon alles erzählt, aber Panikattacken, ja, hab ich schon Ewigkeiten, aber sind jetzt so seit ein paar Tagen wieder echt omnipräsent. Omnipräsent und, ja. Panikattacken, lass uns drüber sprechen, Digga, gerne. Statt zu tun, als wäre alles gut und Lügen rappen, ja. Statt zu tun, als wäre alles gut und Lügen rappen, nice. Nice. Ja, scheiß drauf, ob es sich verkauft. Verstecke keine schlechten Seiten, fuck, ich mach kein Cover draus. Ihre falsche Liebe draus. Okay, das ist, ähm, verstecke keine schlechten Sachen, nein, ich mach ein Cover draus. Das ist ähnlich wie die, äh, wie die, ähm, Kintsugi, heißt das? Heißt das Kintsugi, oder sprichst du falsch aus? So wie ein Song auch mal von Genetik hieß. Ähm. Ist es Kintsugi? Genau. Kintsugi ist nämlich, äh, ich, ich meditiere ja und jetzt, als ich, äh, als ich auf dieses Kintsugi-Ding von Genetik reactet habe, wusste ich noch nicht, was Kintsugi ist. Jetzt weiß ich's. Und zwar ist Kintsugi, das kommt, ähm, aus dem asiatischen Raum. Und wir Menschen sind ja so geprägt, dass, ähm, und so trainiert und so geweevet und so geboren worden, dass man schlechte Seiten weg von sich kehrt. Ne, 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 die gibt's nicht, man muss funktionieren, ne, die gibt's nicht, man muss funktionieren, alles, nur die schönen Seiten werden präsentiert und blablabla, blablabla und Kintsugi macht's halt genau andersrum. Das heißt, wenn dir so eine Schüssel runterfällt und sie kaputt ist, also nicht mehr zu gebrauchen, nicht mehr funktioniert, ist die Kunst des Kintsugi die, dass du diese Schwachstellen, diese Ecken, diese Kanten, diese Makel vergoldest, um sie hervorzuheben. Also genau das Gegenteil machst. Und das finde ich eigentlich sehr geil. Jetzt hab ich letztens, ich hab mit der KM App hier ein bisschen meditiert und da kam, äh, hieß eine Rubrik Kintsugi, ich hab mir das angehört und da wird einem das erklärt, das ist eigentlich sehr schön. Und das mach ich ja, Japan, Digga, ist ja gut, beruhigt euch, aber das ist auch gerne das, was ich mache. Also diese Schwachstellen zeigen, offenbaren, so. Vielleicht sich, vielleicht sogar noch präsentieren, als wäre es was Gutes. Ich verkaufe, verstecke keine schlechten Seiten, fuck, ich mach kein Cover draus. Verstecke keine schlechten Seiten, fuck, ich mach ein Cover draus. Das ist halt diese Theorie, so ein bisschen. Diese Mucke ist das letzte bisschen Luft, deshalb rapp ich, um zu atmen, ich will Hits in ihrem Club. Pack die Schmerzen, meine Stimme, manchmal bricht sie unter Druck. Boah, Digga, deine Stimme ist richtig sick. Sick, sick, sick. Bevor sie mir das Leben nehmen, mach ich es kaputt. Übelst. Hook finde ich leider ein bisschen lahm halt, so Hook wäre noch... Ja, das Sample, was da reinkommt, finde ich... Spiegelt nicht unbedingt das Feeling von den Parts wieder, so ein bisschen. Das ist so ein bisschen, so dieser andere Touch. Aber das ist auch so krass, wie viele Leute mit so Panikattacken und so zu tun haben. Das ist wirklich im Moment... Ich hab ja schon vor zwei Wochen, war das, oder vor einer Woche, auf diesen Casper-Song mit Tua reaktet. Und da war das ja auch voll präsent, diese Panik und Angst und so, ne? Und da ich das im Moment auch wieder so voll fühle und halt mit jedem darüber rede. Also wenn ich... Ich rede viel mit Leuten so und hab halt auch viele Kontakte so bei WhatsApp und bla, 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 bla. Und wenn halt die Leute fragen, was geht ab und so, ich... Ich schmier das jetzt nicht jedem aufs Brot, aber wenn jemand halt gezielt fragt, wie geht's dir, was macht das so und was läuft, wie war der Unfall und so, erzähl ich halt schon mal, ne? Und eigentlich, ich will dich übertreiben, aber es kam mir noch nie so krass vor, dass die Leute, dass es denen genauso ging, wie mir. Also so vielen Leuten genauso, also viele antworten mir mit, ey, ich fühl das voll. Ich kenn das voll und so, diese Panik ist grad voll krass. Ich weiß nicht, ob das irgendwelche Nachwehen vielleicht jetzt auch noch von Corona sind oder so, aber... Brett. Brett der Ding, Digga, das zieh ich mir auf jeden Fall öfter rein. Brett. Brett. 만들어. チ elevation. Komm.